Im Hinblick darauf, dass auch ein quasi EPP-Derivat erstellt wurde oder zumindest die internen Prozeduren angepasst werden mussten? Also wir konnten beim Standard bleiben. In EPP ist das E noch drin für Extensible. Also es ist schon eingebaut, dass man beliebig erweitern kann. Und ich glaube, das E haben wir nicht gebraucht. Aber PP nennen konnten wir es auch nicht. Es gab früher mal eine Software, die so hiess, aber da ist in England PostmanPad, eine ganz bekannte Kinderfilmserie, das ist besetzt. Also sind wir beim Namen EPP geblieben, aber im ganz engen Standard. Wir mussten etwas die Prozesse anpassen, was den Halterwechsel angeht. Ihr sagt dem Provider. Change Provider, ja. Change Provider. Bei uns heisst es Transfercode. Nein, wir reden dann von anderen Prozessen. Von anderen Prozessen. Halterwechsel, Inhaberwechsel. Ohne Change, ne? Inhaberwechsel. Inhaberwechsel. Ja, bei uns ist Halterwechsel und der braucht einen Transfercode. Aber dahinter steckt wirklich das Standardprotokoll unverfälscht. Aber ist es eigentlich so, dass bei Switch kein Transfer stattfindet, sondern eine Löschung und eine Neuregistrierung? Ja, das ist die alte Diskussion, was die Tätigkeit der Registrierungsstelle angeht. Wir teilen einen Domainnamen zu, aber wir geben eigentlich nicht das Recht dem Halter, dass er den selber jetzt wieder einem anderen zuteilen kann. Weil wir darüber wachen, wie die Zuteilungsbedingungen sind. Der Domainname muss also zurück zu uns und dann zum neuen Halter. Das ist mindestens so, wie es die Policy vorschreibt und wie wir es auch in der Datenbank dann so dokumentieren. In der reellen Welt ist es natürlich anders, dass der eine Halter mit dem anderen spricht und den verkauft oder verschenkt oder wie auch immer. So haben wir eben gelernt, dass man mobile Endgeräte nutzen kann, ohne dass man merkt, dass das Internet dazwischen hängt. Und bei Switch kann man lernen, dass die Domain zwischendurch technisch oder juristisch zwischenzeitlich mal gelöscht wird und dann wieder neu konnektiert wird. Da haben wir sicherlich, oder zumindest einige von uns heute noch eine Neuigkeit mitgenommen. Gibt es zu dem Thema noch Informationen aus Österreich? Ich denke, wir haben den gleichen Weg gewählt. Wir sind sehr, sehr nahe am RFC geblieben. Ganz ohne Extension ging es nicht, aber ich glaube, die sind mittlerweile für fast alle Registrate leicht zu implementieren. Also ich glaube, es hat sich gezeigt, hier nahe an diesem technischen Standard zu bleiben oder zu gehen, ist sicher ein Vorteil, wenn man bedenkt, dass es eben viele Registrate gibt, die sehr viele TLDs implementieren müssen. Und hier, wenn jeder sein eigenes Süppchen kocht, das natürlich nicht von Vorteil für den Registrar, für den Markt ist. Vielleicht noch eine Ergänzung zu dem, was Jörg gesagt hat, über den Ausbau der Infrastruktur, der Name-Server-Infrastruktur. Ich glaube, das ist natürlich das Kern-Business einer Registry, Zuverlässigkeit, Ausfallsicherheit zu gewährleisten. Das Kernstück ist natürlich die ganze Infrastruktur der Name-Server. Auch wir hatten letztes Jahr zwei neue Anycast-Instanzen in Betrieb genommen. Eine, die wir selbst betreiben und eine, die wir extern zukaufen. Und auch die Pläne stehen für 2009, dass wir eine weitere Anycast-Instanz aufbauen, eine unabhängige aufbauen. Und unsere Anycast und Cluster-Name-Server-Infrastruktur natürlich weiter updaten in Software, aber auch in Hardware und vor allen Dingen auch in Standortpolitik und Verträgen mit letztendlich Betreibern. Das ist nur ein kurzes Update. Aber das ist, glaube ich, eh fast eigentlich unser Kern-Business, das Registre ist einfach betreiben. Das Schlagwort IPv6 habe ich jetzt in keinem der Eingangsstatements gehört. Richard, ich bleibe direkt noch einen Moment bei dir. Ist es so, dass ihr nicht mehr befürchtet, dass die IP-Adressen eines Tages ausgehen? Wie ist die Prognose und was macht ihr in dem Bereich? Ich glaube, da werden wir uns einig sein, wenn man in die Runde fragt, dass sie eines Tages ausgehen werden oder knapp werden. Die Frage ist nur wann. Meines Wissens gehen die Prognosen, Schätzungen von zwei bis 20 Jahren oder was immer, was man liest. Wahrscheinlich liegt die Wahrheit irgendwo dazwischen. Ich glaube, es ist uns allen klar, dass wir an sich vorbereitet sein müssen auf diesen Tag. Wir aus unserer Seite sind eigentlich längst, man sagt man, Gewehr bei Fuß vorbereitet. Ich habe hier die Zahlen rausgesucht. Wir waren ready to go im zweiten Quartal 2005. Konnte man bei AT-IPv6-Adressen einmelden. Was glauben Sie denn, wie viele bis heute bei uns eingemeldet sind? Wir haben eine Meinung, ein Gefühl, wie viele IPv6-Adressen als Clou bei uns eingetragen sind. Eine Zahl. Wie viele? Siegen. Fast, zwölf. Wer bietet mehr? Zwölf. Es sind ganze zwölf. Das zeigt natürlich die Problematik, die sich natürlich ergibt aus dem Bereich. Ich glaube, hier sind Hardwarehersteller, ISPs, Router, Softwarehersteller, Betreiber gefragt, die Dinge zu enablen. Aber ich glaube, das ist kein neues Thema. Ich sehe die Registry hier nur bedingt im Handlungsbedarf. Ich glaube, wichtig ist, dass wir alle vorbereitet sind, IPv6-Registrierungen anzubieten. Aber der Rest muss letztendlich der Markt oder die Marktteilnehmer selbst regeln. Vielleicht an der Stelle die Frage ans Publikum, ob jemand eine Einschätzung wagen möchte, woran das liegt. Und ich denke, die Registries, die hier vertreten sind, sind alle enabled. Trotzdem, woran haper jetzt bei der Marktakzeptanz? Da vorne, könnten wir einmal da vorne das Saalmikrofon haben. Ja, vielleicht, es würde generell für alle diejenigen gelten, die auch demnächst hier noch hoffentlich zahlreich Wortmeldungen machen, dass Sie kurz sagen, wer Sie sind und für wen Sie sprechen. Siegfried Höfer, aktualisierer Internet. Prima. Also Sie sagen, es fehlt an den Vorteilen. Gibt es weitere Wortmeldungen dazu? Gut, momentan sind Sie noch schüchtern. Ich verspreche Ihnen aber, dass ich Sie noch nicht vom Haken lasse. Es kommt gleich noch die Gelegenheit, etwas dazu zu sagen. Es gibt aber durchaus Überlegungen, wie man das Thema forcieren kann. Ist das nicht so groß? Bei uns in der Schweiz wird IPv6 dieses Jahr zum Thema gemacht. Wir haben auch schnell in unserer Datenbank geschaut und Erstaunliches gefunden. Wir haben 192 Nameserver, die ihre IPv6-Adresse eingetragen haben. Und diese Nameserver bedienen 44.000 Domainnamen. Das ist 4%, also verschwindend. Aber immerhin, da ist schon etwas da. SWITCH ist ja nicht nur Registrierungsstelle, sondern auch Forschungsnetzwerk-Betreiber in der Schweiz. Wir sind für die Hochschulen schon seit manchem Jahr. Wir unterstützen unsere Router, unsere Internetverbindungen, auch IPv6. Wir haben Schulungen gemacht. Und für mich als Registrierungsstelle war immer klar, dass ich auch bereit sein will, wenn es dann losgeht. Und ja, ich will eigentlich lieber jetzt handeln, wo es noch nicht eilt. Und das ist so typisch schweizerisch, er hasst es, wenn es passiert, oder? Und wir wollen eigentlich gute und durchdachte Lösungen. Das wollt ihr auch, ich weiss, kein Problem. Und ich denke, wir werden da etwas Zeit investieren. Selber können wir ja wenig tun. Außer die beteiligten Partner, die ISPs, die Nameserver-Betreiber und so weiter, an einen Tisch bringen, um herauszufinden, wo es wirklich klemmt. Die fehlenden Vorteile, das ist sicher ein Punkt. Es ist nur Aufwand. Das wissen wir. Aber der Aufwand ist eigentlich nicht mehr so groß. Vielen Dank. Ich denke, dass bei der DENIC das Thema IPv6 kein Diskussionsthema mehr ist, sondern es hat längerem Normalität. Das heißt, bei uns ganz konkret, DE Nameservice ist an zwei Unicast-Standorten erreichbar. Wir haben im Moment gerade Aktionen laufen, auch die NICast-Wolke entsprechend zu adaptieren. Unser Registry-System kann IPv6-Nameserver-Einträge aufnehmen.